Dieser Hyundai verdient sicherlich Ihre Aufmerksamkeit. Ein leistungsstarker Dieselmotor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Mit dem Bluetooth-System können Sie einfach und sicher freihändig telefonieren. Als besondere Sicherheitsausrüstung in diesem Hyundai finden wir eine Rückfahrkamera, ESP und Tagfahrlicht. Dieses Auto ist zusätzlich mit Dachreling, einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Möchten Sie mehr über dieses Auto wissen? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017